M10 nach Turmstraße Es ist soweit, die letzte Tramp nach Lüneburger Straße der M10. Danach geht es alle ab nach Turmstraße. Hier noch mal eine Anzeige, dass ab jetzt nur noch Turmstraßen, ja, Straßenbahn der M10 fahren. Hier ist sie auch schon. Los geht's mit der Willenfahrt. Ich habe die Mitfahrt leider nur noch von Hauptbahnhof bis Turmstraße gemacht. Also da, wo denn euer Teil ist, ja. Es hat sehr Bock gemacht, allerdings muss ich ziemlich viele Gesichter verpixen. Das tut mir sehr leid. Es liegt daran, weil, ja, falls irgendjemand Urheberrecht jetzt machen sollte, weil ja der Zug sehr voll ist und, ja, also die Hälfte ist verpixelt. Ich habe mich auch ein bisschen darauf, Front zu drehen, vielleicht nicht so hoch, die Kamera nicht so hoch zu halten. Ja, jetzt, ihr seht, was daraus geworden ist. Das hier wird eine Mitfahrt. Ihr seht, jetzt schon, ja, die ist, das Video soll zu ungefähr elf Minuten gehen, elf und halb. Und, ja, jetzt seht ihr, was daraus geworden ist. Leider habe ich auch keinen Sitzplatz gefunden. Aber ihr seht, wie die Menschen das feiern. Das zeige ich später nochmal. Und, ja, let's go. Und, ja, jetzt geht's. 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 Hier gibt es eine große Komponente-Komponente-Komponente-Komponente-Komponente. Die Stadt ist ein sehr guter Ort, aber es ist ein sehr guter Ort. Die Stadt ist auch ein ziemliches Einfach nur eine große, große Stimme. Da ist es auch eine gute Idee, die den Stadt und die Stadt ist auch schön. Die Stadt ist auch schön. Hier ist eine gute Idee. Das ist jetzt auch eine gute Idee. Die Stadt ist auch schön. Der Stadt ist auch schön. Die Stadt ist auch schön. Die Stadt ist auch schön. Sie können nicht nur die Stadt zum Beispiel. fritzschildrumpf Das war zu oben. Die Stadt ist in der Stadt, die sich in der Stadt befindet. Es ist da draußen los. Jetzt muss man mal gemacht. Das ist geil. Wir haben auch die Tourmstraße. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Diese Tram terminates hier. All change, please. Jetzt kommen wir hier in der Kühe. Und jetzt in Station. Und wir essen im FDP schon die Süsse. Die Süsse. Die Süsse. Die Süsse. Die Sisu. Schnell. Die Kirche ist in der Kirche. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich nicht so viel geredet. Das war jetzt einfach eine einfache Mitfahrt. Ähm, ja, das war die erste M10 mit Dennis Biomarkt als Sponsor. Ähm, ja, jetzt steht sie da hinten und ich gehe einen Burger essen. Ciao, ciao!